Eure Majestät. Ich denke, persönlich haben wir genug Respekt voreinander, um uns ein paar wichtige Fragen zu stellen. Von Frau zu Frau. Mein Name ist Nils Wulkop und ich leite seit 30 Jahren das CSC-Studium. Wir haben seinerzeit angefangen mit Musik und daraus sind Tonstudios entstanden. Diese Tonstudios sind dann relativ schnell in die Richtung gegangen, wo wir viel Industrie angeboten haben. Wir sind im Bereich Werbung viel unterwegs gewesen, Funkspots, TV-Spots, Kino-Spots und seit 22 Jahren machen wir hier Synchron und das ist auch heute unser Schwerpunkt geworden. Synchronisation von Filmen, Serien und Dokumentation. Im Grundsatz sind wir verantwortlich für die Produktion, wie sie abläuft. Wählen wir dazu besetzen, wie wir die gesamte Produktion aufsetzen, damit sie zu einem hoffentlich sehr schönen Ergebnis führt. Und das ist eigentlich auch die Kunst des Studios. Dann geht es weniger tatsächlich um die Regler, sondern um die Gesamtgestaltung, dass das Team, was man zusammenstellt, auch funktioniert und uns im bestmöglichen Ergebnis findet. Seit fünf Jahren sind wir dann tätig gewesen für den Kunden Netflix. Dabei waren Produktionen teilweise, es gibt so eine Hitliste hier in Formel 1 zum Beispiel oder Too Hot To Handle, Finger weg im Deutschen genannt. Wir haben die Titans gemacht, wir haben Altered Carbon gemacht oder eben auch alle vier Staffeln von The Crown. Aber das Ding ist nicht mal elektrisch. Was? Eure Zahnbürste. Aber das ist wohl typisch für den Palast. Er ist noch nobler als man denkt, aber auch maroder. Der war gut, Nils, danke. Mein Name ist Marion von Stengel. Ich bin Schauspielerin. Ich habe dann, während ich Theater gespielt habe, synchronisiert und bin über eine Kollegin, über eine Regisseurin zur Synchron-Regie gekommen und freue mich darüber, natürlich so eine großartige Serie wie The Crown betreuen zu dürfen. Das heißt, die deutsche Dialogregie zu übernehmen. Wir haben ein Casting gemacht. Das heißt, Aufnahmeleitung und ich überlegen uns, wer die deutsche Stimme werden kann. Das Optimum ist es, möglichst nah am Original zu sein, dass man nicht das Gefühl hat, oh, das sind zwei Menschen. Eins ist der englische Schauspieler in diesem Fall und das andere ist die deutsche Synchronstimme. Also es wäre toll, wenn die miteinander verschmilzen und das ist in so einer tollen Produktion, wo die Schauspieler so fantastisch sind, eine echte Herausforderung. Mein Name ist Michael Andreas. Ich bin Mischton, Meister und Sounddesigner. Für The Crown war ich für die Mischung zuständig. Mein Workflow für diese Produktion The Crown ist, dass ich die Sprache aufgenommen aus dem Studio erhalte, nehme dann das angelieferte Material, das IT-Band und mische das in die Verhältnisse so, dass man dort den O-Ton aus dem Original vergleichen könnte mit dem deutschen und eigentlich gar keinen großen Unterschied spürt. Für die Mischung habe ich das Nuendo 10.3 verwandt. Die gesamte Mischung innerhalb des Nuendos habe ich auch mit den Nuendo Plugends gemacht. Ich benutze für die Mischung auch die internen Kompressoren und Limiter, den Reverence, weil der wirklich eine sehr, sehr schöne 5.1 Räumlichkeit erstellen kann. Der funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Man orientiert sich an den Originalton, das heißt an die original englische Mischung in diesem Fall, hört rein, wie klingt der Raum und dann nimmt man einen Raumsimulator, wie jetzt den Reverence zum Beispiel und hört sich den an und versucht ihn dann so einzustellen, dass er quasi eigentlich identisch ist mit dem Raumanteil, den es im Original auch gibt. Alles, was in The Crown zu hören ist, habe ich mit dem Reverence erstellt. Im Nuendo selber gibt es halt viele Features, die dazu führen, dass man einen sehr, sehr schönen Workflow hinbekommt, auch für die Mischung, dass man sich tatsächlich nicht um das Technische so richtig kümmern muss, sondern dass man tatsächlich wirklich sich um das Kreative, um das Einbinden der deutschen Sprachen in die vorhandenen Bänder kümmern kann. Als international aufgestelltes Studio haben wir mehrere Arbeitsplattformen. Ich finde es aber fantastisch, dass Steinberg ja mit einer so atemberaubenden Geschwindigkeit aufgeholt hat, für mein Empfinden in vielen Bereichen auch überholt hat und sich gerade in diesem Segment synchron, Voice-Over, Sprachbearbeitung eine Position erarbeitet hat, die also seinesgleichen sucht. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir mit Nuendo aufnehmen können und ich beaufsichtige neun Studios. In allen Studios ist Nuendo das erste Programm für unsere Aufnahmeneinheiten. Aufnahmeneinheiten. Untertitelung des ZDF, 2020